Tutorial zu zeigen, wie man bei einer Stiege eine Wand draufsetzen kann und zwar diesmal, indem man Dachflächen reinsetzt. STRG 2. Ich mache Dach, Einzeldach, Dachaufsitzlinie mal irgendwo, da ist die falsche Seite zurück, nochmal, Dachaufsitzlinie irgendwo hierhin steige ich und dann zeichne ich eben mein Polygon des Daches, egal wie, gehe in den Schnitt, habe hier das Dach jetzt drinnen, mache mir eine Hilfslinie, kopiere mir die Hilfslinie eine Meter nach oben, x0, y1, hol das Dach dorthin, muss ich alles ein bisschen nach vorne schieben, dass ich alles sehe, sehr groß genug, so, welchen Neigung habe ich hier, schauen wir kurz nach, dieses, dieses, 31,83, also, 31 kann man auch, 3, ok, dann, äh, im Grundriss, STRG 2, es ist nicht falsch, wenn die Kontur groß genug raus schaut, so, STRG 2 passt, so, jetzt kann ich durchaus diese, diese verbinden, Moment, dieses und dieses, markieren, rechte Maustaste, mag er nicht, ok, muss aber gehen, muss gehen, muss gehen, muss gehen, kann ich so auch, wenn ich das mache, ist es halt dann nicht mehr, äh, ja, ich mache es mal, drinnen, wenn ich das jetzt Wecklöscher, einfach, ist die Wand wieder da, also darf ich das nicht, zurück, ich muss diese Dachfläche, STRG L, ich mache mal eine neue Ebene, ich muss diese Dachfläche auf eine neue Ebene liegen, äh, Stiegen, Wand, Ab, Zug, oben, oben, ok, 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 Stiegen, Wand, Ab, Zug, oben, und dann STRG L, das ausschalten, ok, Wenn ich das jetzt Grundriss anziehe, hat es nicht gemacht, Stiegen, Wand, Ab, Zug, oben, jetzt ist es weg, und die Wand, STRG hat das T, müsste ich eigentlich Grundrissdarstellung, alle relevanten Geschosse, projiziert mit Untersicht Das müsste ich ehrlich jetzt bis hierhin sehen, nein, Blödsinn, bis hierhin Ah, bin ja nicht, bin ja drüber, ist klar, ein Geschoss drüber Sehe ich komplett drauf, oder? Schauen wir nochmal, ja genau, da bin ich unter dem Meter Das stimmt Das ähnliche kann ich jetzt mit der Untersicht machen Ich kann mir wieder ein Dach hier hinlegen und das dann unten wegschneiden, geht ja auch Danke